Hallo und herzlich willkommen, liebe N3-Freunde, ich bin der Zapp, machen wir weiter mit unserem Let's Play. Was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, wir haben Kram verkauft, oder? Guck mal, äh, falsch. Gold 927, das ist ja gar nicht schlecht, ich glaube, wir haben Kram verkauft, genau. Sollen wir mal nach Hause, hier, wir gehen mal nach Hause, ja, wir gehen mal nach Hause und gucken mal, ob wir irgendwas bauen können. Ich will auch so ein tolles Schwert, das ist so fies, echt. Warum ist das fies? Das ist ja mein Schwert, kauf dir selber eins. Äh, wir müssen ja mal gucken, wie wir Objekte bauen können. Das gucken wir jetzt mal zu Hause, da hängt ja die Pinnwand, oder die Bauwand, oder was das auch immer ist. Mal gucken, Schwerte und Äxte, äh, Schwerte sind schneller als Äxte, und Äxte sind schneller als Streitkolle, oder auch Kriegshämmer. Ach was. Ach was. Gott, dack. Äh, Wackplatz. Okay. So. Äh, nix. So, jetzt gucken wir mal eben. Der liegt da immer noch, der liegt da immer, oder? Der Hund liegt da immer. Das ist richtig. So. Äh, ich renne immer an der Tür vorbei, kann das sein? So. Hier. So. einkaufen. Äh, Einrichtung kaufen. Nichts. Hausnahme anpassen. Äh, ja. Ich hab jetzt Einrichtung. Ach, guck mal, jetzt steht die Einrichtung. Ha. Ist ja ein Ding. Ja, ist ja ein Ding. Jetzt gucken wir uns nochmal um. Was haben wir denn hier? Äh, ups. Äh, guck mal. Ha. Wie aus Zauberhand. Kommt jetzt hier Einrichtung. Ist ja cool. Schwuppdiwupp. Alles ist einrichtung. Da sind meine Sachen, die ich benötige. Guck mal, alles haben wir hier. Yeah. Haben wir auch Schränke, wo wir was reinlegen können? Guck mal, Rollen und Bücher, Regale und... Keinster Kram. Er ist ja cool. Oder? Komm, wir speichern. Komm, wir speichern mal. Da-dum, da-dum. Ja. Ja, komm. So. Ja, das ist ja toll. Ja, können wir uns hier was zu essen machen. Kochstelle benutzen. Komm, wir benutzen die gleich. Mal gucken, was passiert. Was kann ich mir denn machen? Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Es fehlen noch Komponenten. Warum? 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 Das wäre toll, wenn ich hier... ganz viele Sachen machen könnte. Das wäre toll. Jo, komm, wir gehen mal nach oben. Mal gucken, was da ist. Mal gucken, was da so rumsteht. Hier, guck mal. Was sind denn das alles? Ui. Das ist ja cool. Äh, ach, das ist nur die Tür. Achso. Aha. Das ist ja toll. Hier ist ein Zimmer. Da kann man... ne Papierrolle nehmen. Das ist super. So, kann ich hier was reinlegen? An Büchern? Ne. Durchsuchen Bücher. Das ist wahrscheinlich jetzt mal ein Schlafzimmer. Oder? Jo. Ich gehe davon aus. Das ist ja toll. Das ist toll. Ja, und da kann dann noch ein Gast schlafen. Das ist ja toll. Ach, guck mal. Ich kann noch eine Etage höher gehen. Ich kann noch eine Etage höher. Ja gut, hier ist der Dachboden. Hier passiert nicht mehr viel. Hier liegt ein bisschen Stroh. Aber... Aber... Ich muss mal gucken. Ich kann aber hier sehr, sehr wenig interagieren damit. Oder? Merkt ihr das auch? Ich gehe überhaupt nicht. Man könnte sagen, ich kann da überhaupt nicht interagieren damit. Ich kann da wieder was reinlegen. Ich kann da zwar sitzen. Aber... Da kann ich auch sitzen. Aber viel mehr kann ich damit nicht machen. Warum kann... Habe ich hier keinen Schrank? Das ist die Küche. Warum habe ich hier keinen Schrank, wo ich meine Bücher lassen kann? Ich habe ja hier auch... Ne? Das sind die Waffenaussteller. Hier. Da müsste ich doch mal... meine Bücher lassen können. Ist doch scha... Ne. Ist blöd. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hier. Ich kann nichts damit machen. Kann ich hier... Irgendwas? Bücher durchsuchen. Mal gucken. Aha. Kann ich da jetzt noch Bücher reinstellen? Bücher. Zaperia. Ich gebe mal... Ich mache mal so. Kann ich jetzt hier Bücher reinstellen? Mal gucken. Wo sind sie? Das sind die Rollen. Da sind die Bücher. So eine alte Notiz. Hier bekristeltes Papier. Brief von Max... Das ist ja kein Buch. Das sind Bücher, oder? Das sind Bücher. Zauberbuch. Ahnenrufen. Das lege ich mal da rein. Mal gucken, was passiert. So. Die hätten jetzt ruhig mal ein bisschen erweitert werden können hier, oder? Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Durchsuchen Bücher. Was gibt's hier alles? Hier kann ich nichts durchsuchen. Okay. Hab ich verstanden. Hab ich verstanden. Hier kann ich was bauen. Okay. Ja, und dann ist das hier mein Buchregal, oder? Dann ist das hier mein Buchregal. Ich lege mal alles, was ich gelesen habe, jetzt da rein. Mal gucken, ob das alles da reinpasst. Hab ich gelesen? Hab ich gelesen? Hab ich gelesen? Notiz. Hab ich gelesen? Hab ich alles gelesen? Kann ich nicht da reinlegen, oder? Nicht? Das hab ich noch nicht gelesen. Das hab ich gelesen. Okay. Tut sich zwar jetzt nichts hier, aber es liegt alles drin. Okay. Gut. Das sind alles meine Bücher. Hab ich verstanden. So, hab ich alles gelesen hier. Ja. Sieht so aus. Okay. Gut. Das eine hab ich noch nicht gelesen. Warte, das hol ich nochmal eben nach. Hier. Äh, benutzen. Tada. Ich hab einen neuen Zauberer erlernt. Okay. Ja, dann. Ja, dann. Lass mich doch mal eben gucken. So. Arcana Verzauberer. Alchemielabor. Lass mich doch mal gucken. Was ich denn so verzaubern kann. Was hab ich denn an Zaubern? Ich würd ja ganz gerne mal ein bisschen was verzaubern. So. Was könnte ich denn mal verzaubern? So. Das hab ich alles an, oder? So. Das hab ich an. Ähm. Manner regeneriert 10 schneller. Gefüllter Seelenstein. Ich guck mal, was passiert. Ich guck mal erstmal hier. So. Auswählen. Und er herstellen. Ähm. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ja. Verzauberer verlassen. Ich speichere mal. Weil ich nicht genau weiß, was jetzt passiert. Deswegen. Damit ich hier kein Blödsinn mach. Also. Nochmal. Ich würd ganz gerne ein Gegenstand verzaubern. Nämlich das hier. Das. Auswählen. Er herstellen. Wähle Gegenstand. Verzauberung und Seelenstein. Okay. So. Mana reagiert 10 schneller. Auswählen. Hörig. Achso. Hörig. Auswählen. Und jetzt den Seelenstein. E. Auswählen. Wieso? Umbenennen. Flügerex umbenennen. So. Herstellen. Gegenstand verzaubern. Ja. So. Hab ich das jetzt gemacht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Magischer Gegenstand hergestellt. Bin ich jetzt da verzaubert? Sehe ich da was? Habe ich das an? Ich gucke mal eben. Das wäre ja toll. Ja, hab ich. Ich hab das verzaubert. Man sieht zwar nicht so richtig das. Aber. Ich habe es verzaubert. Mana. Regeneriert sich jetzt schneller. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Okay. So. Gut. Sie sehen. Ist die eigentlich schon cool, oder? Ich mag das. Ich mag das. Mal gucken mal, wie cool das irgendwo aussieht. Ja. Sehr schön. So. Gut. Ähm. Kann ich auch was entzaubern? Habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich habe noch was mit, was ich entzaubern wollte, oder? Weil ich den Zauber haben wollte. Warte. Ich gucke nochmal. Ja, da müsst ihr jetzt durch mit mir, ähm, so, entzaubern. Befestigt, befestigt eure Lebensenergie lernen. Ja, ja. Will ich. Schließen. So, das habe ich auch. Das wollte ich ja auch entzaubern. Ja. Schließen. So, das erhöht das Mana um 12 Punkte. Ja. Schließen. Ja, und das war es schon. Das andere kann ich nicht entzaubern. Das ist schon verzaubert. So. So. Ich wollte dieses Silberschwert auswählen. Auswählen. So langsam komme ich dahinter. Feuerschaden. Ich wollte da ein Feuer... Oder soll man Frostschaden draus machen? Ne, komm, wir machen da ein Feuerschaden drauf. Auswählen. Und. Kleiner oder armseliger. Wir nehmen den. Herstellen. Ja. Ja. Und schon haben wir das verzaubert. Magischer Gegenstand hergestellt. Das ist toll. So. Sieht man das jetzt am Schwert? Warte. Ich gucke mal. Ich rüste das mal aus. Ja, ja. Es sieht man. Tada. Cool. Sehr cool. Ja. Das sind wir jetzt gerüstet. Wir haben unsere Hütte eingerichtet. Wir können leider noch nichts kochen, weil ich nicht so viel... Ne? Aber. Ja. Wir gehen mal wieder. Gut. Dann gehen wir wieder. Haben wir gut gemacht. So langsam kommen wir hinter alles, was sich hier verbirgt. Jetzt haben wir unsere Hütte eingerichtet. Ja. Auch schön. So, wir haben toll verzaubert. Haben wir auch gemacht. Gut. So, jetzt gucken wir mal auf unser Questtagebuch. Äh. Das ist eigentlich... abgeschlossen, oder? Am Anschlagsbrett sollen... Sollten nun neue Aufträge verfügbar sein. Sollten wir da nochmal hingehen? Gucken, ob wir da noch einen Auftrag abgreifen? Die müssen wir ja nicht sofort machen. Wir können ja einfach nur sagen... Hey, Auftrag... Ups, ja. Es ruckelt. Äh. Hey, Auftrag... Komm mal ran hier. Es ruckelt aber stark im Moment. Ja. So, dann holen wir uns einen Auftrag. Und dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter, oder? Würde ich sagen. Dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Obwohl die Kopfgelddinger, die sind wirklich cool, um mal immer ein bisschen Geld zu scheffeln. Die sind dafür richtig cool. Marktplatz lädt immer ein bisschen länger. Wir können mal hier mal ein bisschen Produktplacement machen auf die Ladebildschirme, oder? Können wir mal ein bisschen Werbung nebenbei machen. So. Wir sind wieder am Marktplatz angekommen. So langsam... Kenne ich nicht, glaube ich, der aus. Madame. Ja, Madame. Ja, all dies. Werden Kopfgeldaufträge und Ausschirmen. Kopfgeldauftrag suchen. Was hat er denn? Maulus war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nering kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigte die Kapitänin, das war eine Kapitänin, des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt drei Rekruten der Stadtwache, um sich anschließend in der Unterstadt zu verkriechen. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Für sein Ableben sind 200 endreellische Groschen ausgeschrieben. Die nehme ich doch noch... Ja, hier. Maulus, blinder Passagier, und killt hier die Leute, wie es ihm blieb. So geht es ja nicht. Groß, gemäßes, risches Brot. Alles frisch von der Hauerküste. So geht es nicht. Aber das wollen wir ja später machen. So. Gesucht in der... Ja, 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 ja. Das haben wir jetzt mal angenommen. So. Spüren die Vergangenheit. Das müssen wir auch noch machen, richtig. Da müssen wir die ganzen Klamotten finden. Das ist so ein Suchauftrag. Ähm... Boah, was wir mittlerweile für Quests haben, oder? Super. Guck mal, was wir für Quests haben. Das sind alles unsere abgeschlossenen Quests. Und die hier oben haben wir alle noch offen. Na super. Ja, wir haben... Ähm... Genug zu tun. Genug. So. Wo ist unsere Hauptquest? Teil, was von etwas bedeutend haben. Ähm... Ja. Ich gehe jetzt mal... Zu Thealor. Und gucke mal... Ob der jetzt endlich mal fertig ist. Mit seinen Vorbereitungen, oder? Das können wir doch machen. So. Wo ist der eigentlich, der Thealor? Der ist... Warte. Der ist hier oben, oder? Im Sonnentempo. Gehen wir mal hin. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich die Schnellreisefunktion aktiviert habe? Erzähle ich jedes Mal, wenn ich sie benutze, oder? Weil das für ein Let's Play, wie ich finde, ein bisschen flüssiger ist. Natürlich, wenn ich es alleine spielen würde, hätte ich es nicht gemacht. Aber beim Let's Play kann man das schon mal machen. Außerdem kann ich euch diese schönen Ladebildschirme zeigen. Und die Disziplin Klingentänzer lehrt euch die... Ja, zu spät gelesen. Um höher euer Kunst... Ja, auch wieder zu spät. So. Guten Tag. Ähm... Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss da rein, oder? Ähm... Ich muss da rein. So. Ich gucke mal, vielleicht ist er ja schon fertig. Kann ja sein. Vielleicht hat er schon alles vorbereitet. Ich könnte auch nach Hause gehen, noch eine Runde schlafen. Das geht ja da. Da kann ich auch die Zeit überbrücken. Weil er brauchte, glaube ich... Wie lange brauchte der zum Vorbereiten? Einen Tag? Sind wir eigentlich schon so lange unterwegs? Gefühlt ja. Also gefühlt sind wir schon eine Woche wieder unterwegs. Naja. So. Wo war der denn, dieser... Seri... 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 Ne? War der hier? Äh... Was steht hier rum? Eine Witze? War der hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht aktiviert sich die Quest ja auch optisch alleine, wenn er denn endlich mal soweit ist. Kann ja sein. Guten Tag. Schreitet wohl. Ja, ja, ja. Schreitet auch wohl. Der war, glaube ich, nicht hier, oder? Oder hat er das hier? Doch, doch, okay. Hier war das, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Schreitet wohl. Ja, 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 schreitet auch wohl. Schreitet und schreitet und schreitet. So. Oder war das dahin? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch gar nicht. Ja, ja, dieser Ladebildschirm wurde präsentiert. Ne, hier ist tatsächlich nix. Hier ist tatsächlich nix. Aber ich kann hier nicht runtergucken. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hier war er. Guck mal, die Bücher habe ich ja einfach nicht gelesen. Ja. Äh, selber. Ey, ich habe eine Mod runtergeladen, dass die Bücher, die ich nicht gelesen habe, so komisch leuchten. Seht ihr das? Aber da bin ich nix von, dass ich die jetzt, die kann ich nicht lesen. Warum kann ich die eigentlich nicht lesen? Ja, geht nicht. Hm? Und was wollt ihr? Ja, Bücher lesen. Ach, du bist ja auch langweilig. Du bist einfach nur langweilig. Komm, der holen wir da. Also, der war nicht hier. Der war vielleicht woanders. Der war ganz sicher woanders. Wo hat er die Zeremonie nochmal vorbereitet? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hm. Wir werden das, ihr Lieben. Darum habe ich eigentlich jetzt hier so einen schwarzen Ladebildschirm. Er weiß es nicht. Dieses schwarze Bild auf schwarzem Hintergrund wird präsentiert von Bethesda Game Studios. Es dauert aber wieder gefühlt eine Ewigkeit. Dumm, 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 dumm. Egal. Ach, guck mal, die Partikel, wie die hier schön finden. Das ist wieder toll. So. Hallo. Ja. Ja, ja, das bin ich. Ja. Ja. Ja, ja, das bin ich. Ja. 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 Der nächste schwarze Bildschirm wird präsentiert von Zourey AI. Heißen die Zourey AI, die die Mod gemacht haben? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich könnte jetzt alle Ladebildschirme rausschneiden. Aber es ist auch... Ach, das sind die paar Minuten. Die ist dann gesamt ein ganz klein bisschen länger wird. Das mag vielleicht eine Minute sein. Hm. Oder auch zwei. Oh, jetzt passiert was. Immer wenn so ein Bild kommt, dann geht's... Dann ratzti, fatzti. Wo bin ich jetzt? Äh, hallo? Vorher war ich hier schon mal? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich war hier noch nicht, oder? Ich bin irgendwie zur falschen Tür. Rein oder raus. So, gehe ich hier noch mal rein. Deswegen hat das auch gedauert. Weil es noch gar nicht geladen wurde. Glaube ich. Hm. So. Jetzt bin ich wieder hier. Wo musste ich denn raus, bitte? Da bin ich rein. Schreitet wohl. Ja, ja, schreitet doch wohl. So, musste ich hier raus? Kann sein. Ah, wenn ich wüsste, wo der Typ da seine Sachen vorbereitet hat. Wenn ich das noch wüsste. Wenn der noch nicht fertig ist, ne? Dann machen wir diese komische Suchquest. Da wohl wir die ganzen Fragmente da suchen müssen. Die machen wir dann erstmal. Ich wollte auch noch mal gucken, wie jetzt so meine Fähigkeiten sind. Das wollte ich auch noch mal gucken. Das war die Taste H, glaube ich, oder? Oh, jetzt geht's weiter. Achtung. Tadun. Ja, wir sind wieder raus. Erstmal eben gucken. Taste H, genau. So. Leben. 100 von 27. Mana. Plus 7. Okay. Das ist ja schon nicht schlecht. Ausdauer. Ja gut, das ist schlecht. Also Mana. Schon gut. Äh, was haben wir hier? Arcan Fieber. 33 Prozent. Da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Ich habe irgendwo gehört, gelesen, gesehen, keine Ahnung, dass ich zu irgendeinem Heini muss. Der kann mich dann heilen. Wo sind die denn? Die Heinis, die mich heilen können. Erfahrungspunkte. 21.467 von 24.115. Oh, das ist auch noch schlecht. So. Stufe 12. Lernpunkte. Aha. Aha. Das ist alles leichte Rüstung. Na ja. Das ist alles. Kann ich eigentlich noch was aufleveln? Haben wir eigentlich ein... Ich gucke nochmal. Ich gucke nochmal, ob ich nochmal irgendwas aufleveln kann. Wir sind ja beim Aufleveln ganz groß in Sachen... Hier unterwegs. So, pass mal auf. Gedankenpflanzung. Was ist das bitte? Können wir auch fallen, ne? 15. Aha. Ja, machen wir mal. Tada. So, wie viel habe ich eigentlich noch über? Keinen, oder? Ermöglicht... Äh... Besonders mächtige Visionen... Äh, 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 äh... Okay. Okay. Das muss ich auch nochmal machen. Äh, die gleichen Zauber auf beide Hände ansetzen. Dann, äh... Ich habe ja auch die Fähigkeit, dass das dann nochmal... Nicht nur verdoppelt wird, sondern dass ich dann nochmal Bonus kriege. Das müssen wir auch nochmal machen. Weil der Blitztauber, äh... Der ist... Der ist schon... Ja, der ist schon gut. Und mein Mana regeneriert sich ja jetzt auch schneller. Ja, also... Ja. Könnte das schon was bringen. So. Äh, apropos was bringen. Es würde was bringen, wenn es jetzt weitergeht. Würde es. Ich wäre... Dem Spiel sehr verbunden. Wenn es... Jetzt geht es weiter. So. Also. Es könnte natürlich sein, meine Freunde. Ähm... Hallo. Hey, du siehst aber auch schick aus, oder? Ja. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich euch helfen? Naja, wir kennen uns ja. Also, ihre Klamotten finde ich richtig cool. Ja, das ist so ähnlich wie wir das anhaben. So, grün und Dings. Äh, gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Söldner? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Ah. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Ja, ja, das müssen wir dann tun. Dann warten wir mal ab. So. Ist es so, dass der hier hinten war? Und das hier hinten vorbereitet hat, das Prozedere? War das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist er auch noch gar nicht fertig mit der Vorbereitung. Kann er sein. Also was für mich immer sehr, 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 sehr verwirrend ist, ist, dass die Quests nicht so regelmäßig, kontinuierlich irgendwie angezeigt werden. Ich habe immer das Gefühl, mal wird was angezeigt, dann mal wieder nicht. Ja. Wie noch Lust und Laune. Nach Tagesform des Spiels. Hm. So. Jetzt geht es weiter. So. Ähm. War ich hier schon mal? Ich glaube, ja. So. Richtig. Du fegst das Tür vor dich hin. Ich gehe mal eben hoch. Tadö. Stimmt. Ähm. Schreitet wohl. Ja. Ja, ja, mach ich. So, was ist mit dir? Schreitet wohl, Prophetin. Hm. Also, ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über alleine? Ja. Warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre Isolation spurlos an allem vorbeigeht. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus? Also, ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue, aber wenn ich das tun soll, muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Hm. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Aber fragt zukünftig direkt. Ich bin kein Freund von Andeutungen. Hm. Also, ja. Die Zeit hat Narben hinterlassen. Die Entwürdigung, der Hunger, um die offensichtlichsten Dinge zu nennen. Die Einsamkeit war aber das Schlimmste. Ironischerweise war das das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wisst ihr. Hm. Von all den Dingen, die man einem Menschen antun kann, wirkt sie so banal. Aber das ist sie nicht. Entweder man entwickelt Methoden, mit ihr zurechtzukommen, oder man zerbricht. Glücklicherweise gelang mir ersteres. Erinnerungen an die Zeit vor meiner Gefangenschaft. Die Aussicht auf das, was danach kommen würde. Diese Dinge waren meine Fenster zur Außenwelt. Sie haben mich daran erinnert, dass ich mehr war, als diese ausgemergelte Gestalt in den Gewalben. Hm. Und dann wart ihr plötzlich wieder frei? Wie hat sich das angefühlt? Hm. Seltsam. Alles erschien mir so grell und unwirklich. Gerade im Kloster von Narazuls Magiern fiel mir das auf. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich es tat, kam es mir vor, als wäre mein Gegenüber eine Wachsfigur, vor mich gestellt, um mich zu verhöhnen. Mich überrascht ja, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben als Fischer? Gerade was mir widerfahren ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt hier bin und tue, was ich tue. Das ist es doch, woran es der Welt fehlt. Menschen, die ihren Willen nicht von einem Schicksalsschlag zerstören lassen. Ja, okay. Wegen des Zyklus. Ja. Hm. Diese Vision, die ich habe, ist das Echo der Zukunft, oder? Wie funktioniert es genau? Wie gesagt, mein Wissen ist begrenzt. Aber stellt es euch so vor, als dass es euch einen Einblick in das ermöglicht, das uns Menschen verbindet. Unser Unbewusstes. Ihr meint den Ort, an dem auch eure Träume kamen? Das kollektive Bewusstsein der Menschheit? Ja. Wisst ihr, die meisten Menschen begreifen sich als von dem Rest der Welt abgetrennte Entität. Und obwohl das teils der Wahrheit entspricht, gibt es etwas, das uns verbindet. Dunkle Ecken unseres Geistes, auf die wir selbst kaum Zugriff haben. Man muss über keine übernatürlichen Gaben verfügen, um das zu spüren. Ihr hattet es sicher auch schon mal. Einen Moment, in dem ihr genau wusstet, was der andere denkt oder gleich tun würde. Gerade Menschen, die sich im Blute nahestehen, Kinder und ihre Mütter, Geschwister, besonders Zwillinge, fühlen diese Verbindung meist stärker als andere. Also wollt ihr sagen, irgendwie sind alle Menschen miteinander verbunden? Korrekt. Und während die meisten diese Verbindung bestenfalls durch ein dunkel getöntes Glas sehen, steht für euch in den Momenten, in denen ihr diese Visionen habt, das Fenster weit offen. Aber wie erklärt ihr euch dann, dass ich Erinnerungen ja Pyreia sehen kann? Weil die sind seit Jahrtausenden tot. Ihr Körper vielleicht, aber die Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht. Alles, was war, alles, was ist und alles, was jemals sein wird, es existiert bereits. Im Meer der Eventualitäten. Das ist die Grundlage der Magie. Und Zeit. Zeit ist keine gerade Linie. Nur die Barrieren unseres Geistes lassen sie uns so erleben. Visionen, Vorahnungen, Träume, die Realität werden. Es sind alles Wellen aus dem Meer, die in unserer Wirklichkeit überschwappen. Es gab schon immer Menschen, die sie lesen konnten. Aber keine konnten es so gut, wie ihr es durch das Echo könnt. Also, dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Die Pyreia sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu durchbrechen. Das ist entmutigend. Den Pyrean ist es nicht gelungen. Und den dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war. Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Könnt ihr mir noch mehr über die Boten erzählen? Was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyreia werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt. Es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und ihr habt keinerlei Vermutungen darüber, warum genau wir beide Boten sind. Nein, habe ich nicht. Tja. Ähm. Gut. Wie lange brauchst du eigentlich noch, um das hier alles vorzubereiten? Hä? Muss mal eben gucken. Tja. Der bereitet dir immer noch vor. Dann würde ich sagen, meine Freunde. Äh. Wir gehen mal auf die Suche, oder? Hier. Spuren der Vergangenheit. Wir lassen die mal auf. Vielleicht. Äh. Kommt ja die Markierung automatisch, wenn er fertig ist. Hä? Gut. Jetzt haben wir nämlich oben wieder eine Quest-Anzeige. Seht ihr das? Ja, dann machen wir das halt. Dann hauen wir wieder ab hier. Wir wissen ja jetzt, wo er ist. Wo wir ihn wieder aufsuchen müssen. Und haben schon wieder ein Ladebildschirm. Also Gegenstände, warte ja am besten, bleiben wir in der sicheren Truhe auf. Und andere Dinge, die wir ja woanders hinlegen, können unter Umständen weg sein. Mhm. Naja. Aber wir haben ja genug sichere Truhen hier in der Gegend stehen. Was ich auch nochmal mache. Es gibt ja Mods. Ähm. Die kann man sich laden. Das ist dann auch wie... Wie ein Eigenheim. Da werde ich mal vielleicht ein oder zwei... Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Mal gucken. Da oben muss ich hin. Guck an. Mühradenturm im Herzland. Sollen wir Mühraden fliegen? Ach nee, komm. Wir machen da eine Schnellreise hin. Wir machen da eine Schnellreise hin. Ähm. Ich werde mir mal so eine Mod laden. Für ein Eigenheim. Vielleicht gefällt mir das ja besser. Und dann haben wir halt zwei Eigenheime. Mal gucken. Ich werde das mal zwischendurch testen. Ich werde mir mal ein paar Eigenheime angucken. Und vielleicht habe ich nächste Folge dann mal ein Eigenheim geladen. Was ich euch zeigen kann. Oder vielleicht auch nicht. Ja, jetzt sind wir die ganze Folge. Einfach hier. Guten Tag. Wo ist dann der Mührade denn? Äh. Ach, da ist er. Guten Tag. Ja. Jetzt sind wir die ganze Zeit. Die ganze Folge. Boah, guck mal, wo wir... Wo wir wollen hin müssen. Was für ein Wetter. Ja, allerdings. Was für ein Wetter. Ja, wir gehen jetzt erst mal... Ja, hi. Wir gehen erst mal... Wir gehen erst mal genau nach hier. Und dann gucken wir mal weiter. Da müssen wir... Boah, gucke mal. Wir müssen nach hier oben noch. Wo müssen wir noch hin? Wo ist der dritte Ort? Da ist noch einer. Kann ich hier irgendwie runter? Nee. Es sind doch drei Orte gewesen, oder? Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt erst mal hier. Dann gucken wir mal... Ach, da unten. Seht ihr? Kann ich das jetzt... Ja, so... Boah, guck mal, da unten müssen wir hin. Nee, da latschen wir ja... Ne, wie lange latschen wir denn da? Das sind ja komplett un... Äh... Unerforschte... Gebiete, die wir da... Ne? Ich würde sagen, meine Freunde... Das machen wir in der nächsten Folge. Bis hierhin erst mal vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird auch schon wieder Nacht. Bis dann. Euer Zahn. Du bist hierhin steht. Uis clear. Er Römer mit dem ... Nein, sonst. Dass nicht so держ neue Tage. Du bist da. Charlotte, ist halt nicht noch. kannst du zuvor? Du bist da, was ich zuvor? ''N Superreich'eeee stranger hepsier'', und ich conservatives euch hurry. Hey!